Herr Doktor, Doktor Fieber, Sie haben hier heute Abend extra Ihre fleischverhandene Badekappe aufgesetzt. Auftritt für Straßenfeger Martin. So kennt man Antonius Schröer während des Karnevals im Oldenburger Münsterland. Noch vor wenigen Stunden ging er seinem richtigen Beruf als Geschäftsmann nach. Die letzten Vorbereitungen, ganz wichtig. Der kleine Spickzettel am Kehrbesen und die Tasche. Seit zwölf Jahren immer die gleiche. Alles ist so wie bei seinem ersten Auftritt. Deshalb fährt Antonius Schröer auch mit dem Fahrer zur Galasitzung. Einen Zwischenhalt gibt es aber noch. Der Straßenfeger ist nun mal die Figur, die ich darstelle und die ich heute Abend zum Leben erwecke. Und ohne dass ich nicht einen Kontakt zu ihm aufgebaut habe und dass wir beiden uns in die Augen geschaut haben und uns die Daumen gedrückt haben, traue ich mich nicht auf die Bühne. Dann beginnt sie, die Galasitzung des Vechta Karnevalsclubs. Und für Antonius Schröer die Wartezeit bis zum Auftritt. Heute ist das eine besonders aufreibende und schlimme Zeit. Ihm droht ein Programmpunkt wegzubrechen. Ja, ich gucke ja immer, wer ist da und mit wem kann ich Programmpunkte machen. Und soeben habe ich erfahren, dass der Rasta-Vechta-Chef, Herr Stefan Niemeyer, wegen Krankheit zu Hause im Bett liegt. Und ich hatte einen ganzen Programmpunkt auf ihn aufgebaut. Und jetzt muss ich umdisponieren. In der Zwischenzeit läuft das Programm weiter. Ein Höhepunkt ist sicher der Auftritt des Elferrats als Blue Man Group. Im letzten Jahr feierten sie ihre Premiere als Tänzer. Offenbar haben sie Spaß daran gehabt. Die Elferräte, da muss man immer noch mal ein ganzes End zurückschrauben, was die dann können. Aber die machen sich richtig gut. Und die machen das auch gerne. Die strahlen dabei, die finden das richtig toll. Das Tanzmariechen des VCC ist seit 2002 die 16-jährige Marie-Luise Niegrin. Sie tritt unmittelbar vor der Büttenrede des Straßenfegers auf. Das sollte man immer beherzigen. Vor einer Büttenrede muss immer ein Tanz kommen, damit die Leute wieder, nachdem sie geschunkelt haben und gelacht haben, damit sie wieder runterkommen und im Grunde auch wieder für sich das Zeichen des Ohres wieder in den Vordergrund zählen. Vom Auge aufs Ohr ruhig zuhören können. Gegen 10 Uhr ist es dann endlich soweit. Antonius Schröer tritt auf. Jetzt kommt es darauf an. Funktioniert das selbstgeschriebene Programm? Thema heute die Klinikkrise im Oldenburger Münsterland und ein Rettungsplan für Weihbischof Timmer Ebers. Hilfe für den Kirchenmann in Not. Das Krankenhaus in Vechta ist alle finanzsorgenlos. Denn es verliert ab Montag als Big Dutchman Hospital Vechta. So hat er für jedes Krankenhaus einen Sponsor gefunden. Dann das nächste Thema. Basketball und Raster Vechta. Zum Glück für ihn übernimmt Silvia Niemeyer die Rolle ihres Mannes, des Präsidenten des Klubs. Sie sorgt für die Musik, während die drei neuen Cheerleader tanzen. Vechta, Prominenz, vertreten durch den stellvertretenden Bürgermeister Klaus Darlinghaus, den Europaabgeordneten Hans-Peter Mayer und Landtagsmitglied Stefan Siemer. Ich denke, es ist ganz gut gegangen. Ja, also wenn ich dann auf der Bühne bin, dann versuche ich natürlich alles zu geben. Und dann geht sie langsam zu Ende. Die erste Gala-Sitzung des Vechta Karnevalsclubs. Ein Jahr Vorbereitungen haben hier ihren Höhepunkt gefunden. Das Drehbuch hat funktioniert. Am 2. Februar veranstalten die Narren dann ihre zweite Gala-Sitzung.